Jawohl, geht's! Hallo, ich bin der Edi Finger Junior. Ich bin eigentlich Sportreporter, aber 2006 habe ich Lust bekommen zum Tanzen, war mit dabei bei Dancing Stars im ORF und habe da sogar ein paar Runden überlebt mit sehr, sehr viel Einsatz. Und ich möchte euch heute auf eine Veranstaltung hinweisen, die gibt es am Samstag, den 5. September, in der Steiermark, in Judenburg. Und dort wird nicht nur getanzt, dort gibt es nicht nur eine riesen Gaudi, dort wird auch gutes getanzt. Also, bitte vormerken, 5. September, Samstag, Judenburg, Stars on the Dancing Floor.